Seit der Neuordnung der IT-Berufe im August 2020 ist die Ausbildung in sogenannte Lernfelder unterteilt. Bei Lernfeldern geht es darum, handlungsorientierten Unterricht zu machen, anstatt isoliert in Fächern zu unterrichten. Die ersten neun Lernfelder sind für alle IT-Berufe gleich. Und das erste Lernfeld heißt, das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben. Themen sind unter anderem die Rechte und Pflichten aus dem Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis, die Strukturierung eines Unternehmens und Unternehmensziele oder der Wirtschaftskreislauf und Wertschöpfungsketten. Am Ende dieses Lernfelds sollst du einfach wissen, wo stehe ich im Betrieb, was habe ich für Rechte, was hat der Ausbildungsbetrieb für Pflichten, wo steht er im Wirtschaftskreislauf und was ist eine Wertschöpfungskette und wie funktioniert so ein Unternehmen eigentlich überhaupt. In diesem Lernfeld kommen viele Aspekte von der BWL sowie Wirtschafts- und Sozialkunde zu tragen. So viel Technik werdet ihr dort noch nicht sehen, das erst in den weiteren Lernfeldern.